How do I face another day? When I can't take it? How do I turn another page? Hello? Hello? Hey! Where are they? Hello? What are we doing here? Wait here. Oh shit. Hello? You play here? Better not try any Halloween pranks after today. I'm serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Nice. Oh shit. Oh shit. There's another one. Krass. Okay, wie kommen wir jetzt hier weg? Darf nicht. Vielleicht kommen wir hier rüber raus. Haut ab! Haut ab! Oh shit! Oh no. Oh shit! Wait! Turn around! They're coming! We have to find another way out! Oh, this is bullshit! Ja, das ist unauffällig, wenn ihr gleich wegfährt. Das ist echt unauffällig. Haber nicht gesehen welches Auto wahrscheinlich. Hoffe ich. Lass uns jetzt schlafen wir über ihr. So, wir müssen in einem Plexus flüchtigen Leute. So weit sind wir eins gekommen. Und morgen werden wir suspendiert. Darmbomber. Der Morgen danach. Schlafen sie weiter. Und alles ist so ruhig und spannend. Danke. Und dann nächstes Moment, wo man aufwacht, dann geht's so, oh, ich will weiter schlafen. Selfie machen. Okay. Mhm. 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 Okay. 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 Mhm. 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 Ich weiß nicht, dass es irgendwie nur landet so richtig krass, wenn man irgendwo unter der Woche mal so aufschlafen kann. Irgendwie. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ah, ich steh mal auf. So. Ja. Ich weiß nicht. to bakery zumindest von Chloe oder was? Okay, bei der weg ist ja ganz normal. Wachen wir auch ein Chloe, was wir anziehen machen. Oder das. Oh, danke schön. Oh, okay. Oh, okay. Ja, in der Hinsicht, ne? Oh Mann, wo ist das wieder für die Liebeszene? Ich dachte, das war preisless, wenn ich Chloe küsste. Sie dachte nicht, ich würde. Aber was lassen die so? Dieses T-Shirt ist richtig cool, äh dieses Hemd, was da ist. Sieht doch gleich viel besser aus, ne? Und da ist das mit weg. Ja, ich weiß nicht. Ich bin bereit für den Mosh Pit, Shakabra. Vielleicht nicht. Geh auf und sag mal an Joyce. Freitag. Ich muss... ...wag und bake erst. Ich versuche nicht zu erzählen. Ich liebe das Morgen, Light. Es ist so peaceful. Wunderschön. 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 Das ist gut, dass die Mädchen Probleme sind. Und sehr verdammt. Wie du bald genug herausfinden kannst. Oh, okay, Frau der Welt. Bitte sag mir, was es ist, diesen ersten Magik-Kiss zu bekommen. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte nicht, dass jemand gut genug ist für dich. Außer ich. Alter, was für Anspielungen hier. Ist doch schon hier so offensichtlich, oder? Ja? Das ist die Person, oder? Ach, ja. Ach, ja. Warum hat sie dabei? Ich denke, sie ist egal. Lass mir das. Oh, mein Gott. Das riecht so großartig. Fried und Freude, Richard Marsh. Oh. Ach, leide. Und Ron hat es auch noch geschrieben, ne? Ich freue mich zu sehen, dass du im Kiffel nicht gesprengt hast. Na gut. Freut mich fast. Nebenbei, das Autokino ist schwer beliebt. Also, kauf die Tickets jetzt. Ich werde eins mehr besorgen, falls du deine Meinung angehend bist. Ach, leide. Es ist wie, wenn wir Kinder hier waren. Hm. Und ich denke immer so. Hm, nice essen. Oh, ich habe einen Vogel. Ist der Vogel immer noch da? Ist das voll zerfen? Hm. Ähm. Wo war denn der Vogel gewesen? Ich komme davon nicht hin. Oh nein. Also. Hey, Dude. Keine Ahnung. Das ist das Blutbord, den ich am Montag in Joyces room saved habe. Wie kriege ich ihn hier raus? Kleiner Vogel. Wie kann das Fenster öffnen? Kann ich nicht. Na toll. Und da darf ich nicht rein. Oh. Ja. 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 Schlafen. Oh. Okay. Pancakes. Stimmt, wenn man Pancakes macht, die Eier einmal zuerst. Was zum Meer, im Kühlschrank. Ähm, gut, auch nicht. Dann biedeschön. Hm. Ja. Ich liebe es, dass ich das gar nicht sagen kann. Aber ich denke, dass Rachel in eine große Herausforderung ist. Ich weiß. Ich schaue die verrückte Verbrechungen, und es macht mich krank, wenn ich mich über Rachel zu denken. Also, ich denke nicht zu viel. Ich verstehe, warum Chloe so obsessed mit findingen sie. Hm. Rachel war so viel cooler als ich. Oh, du denkst? Dann warum hat Chloe mich gesagt, sie wünschen sie mehr wie du, über die letzten fünf Jahre? Hm. Ich verstehe. Ähm. Hat sie wirklich? Fünf Jahre zuvor fühlt sich wie ein Tausend. Und das macht mich, was? Ein Jahrhundert? Du bist nur 18, Max. Oh, Junge. Wenn ich nur zurückkomme. Es ist nicht alles so, Joyce. Und voilà. Ein Frühstück für uns Queen's. Und ein King. Geh sitz auf dem Tisch. Hallo, Frühstück. Aber Pancakes wäre jetzt auch nice. Also Pancakes sind generell nice. Hier ist ein Bagel und irgendwie... eine Serviette mit Matsch. Ich weiß es nicht. Ähm. Gucken wir jetzt auch kurz die Flasche an. Was hat's Damm auf sich? Hm. Wir können sogar rausgehen. Cool. Müsst du die Schaukels an sich? Hinsetzen. Hm. Ja. Wir sind so schnell, dass wir in der Flasche fliegen. Wir haben uns sehr hart geklemmen. Wir sind so schwer, wir fahren gleich in der Flasche fliegen. Chloe immer noch der Flasche fliegen. Ich bin immer Angst, und mich vor dem Flasche fliegen. und Chloé ist immer noch zu hoch zu kommen. Diese Röhlen sind richtig schön gemacht. Richtig schön. Äh. Da liegt ein Vogel auf dem Boden. Es sind richtig viele Vögel. Oh, ein totes Vögel. Schmerz. Drei totes Vögel sind? Das ist verdammt ominös. Es ist vielleicht ganz gut, dass der Vogel bei uns noch da drin ist. So ein komisches Geräusch. So ein elektrisierendes Geräusch. Hm. Naja. Alter. Hier auch Kameras. Ähm. Vielleicht ist es wirklich ganz gut so, dass der Vogel hier bei uns drin ist. Vielleicht ist er hier sicher. Am besten sind Pancakes so mit, ähm, Blaubeeren oder Heidelbeeren. So viel, Joyce. Ich werde nie diese Tafel verlassen. Gut. Dann bin ich los. Jetzt ist das, was ich heiße Pancakes nenne. So kann noch ein Morgen beginnen, oder? Höchst ja nichts, was dagegen spricht. Die Mutter sind da fröhlich, weiß ich schon. Ich weiß nicht, dass niemand die Plante hier watert. Kates' Leben war sicher ein schönes Exploitiv-Headline. Ich bin froh, dass es krämmig und nicht krämmig ist. Okay. Ich kann nicht aufstehen, aber sie kommt jetzt gerade zu uns. Aber wie Rachel. Und du hast deinen eigenen coolen Stil. Ja. Total. Wow, Sir. Ich erinnere mich total auf den Tag. Ich bin froh, dass William das Bild mit seiner Instanz-Kamera nahm. Oh. Es war das letzte Bild, den er immer nahm. Er hatte sein Auto direkt nach dem, und... Und... Ich bin froh, dass ich das nicht verletze. Ich weiß, Joyce. Ich bin froh. Ich habe das nicht gezeigt, um zu sein, um zu sein. In der Fall, ich möchte, dass du das haben. Das war, wenn meine Baby war so voll von Leben und Licht. Sie war hoffe, positiv. Und alles, was sie heute nicht. Und das war die letzte Mal, dass ich mich wirklich glücklich gesehen habe. Ich bin froh. Ich bin froh. Es ist zu früh, es ist zu früh zu beginnen zu finden. Eat, instead. Ich werde die Warden busy, während du in die Garage bist. Jetzt stopp'herspere, oder ich weiß, du sprach über mich. Stopp'n so nosy, Mutter. Ich kann nicht alles hier ohne alle zu gehen. Ich bin froh. 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 Ich muss das Auto benutzen. Ich bin froh. Jetzt, wer ist das? Ich bin froh. Ich bin froh. Was ist denn plötzlich los? Wir müssen in Davids Computer gehen. Er muss in den Händen schlafen. Voll die Akro-Stimmung. Fan-Passwort. Hm. Glaube ich nicht. Worst Hacker ever. Okay. Ein bisschen da dran. Hm. Da waren wir gerade dran. So. 9-1-1? Nee. Den Schrank kennen wir ja bereits. 7-1-7-1. Ja, probieren wir das mal aus. So. Waffenschrank. Ausschalten. Wir brauchen Passwörter, Leute. Hm. Vielleicht kann das ID-Nummer funktionieren. Ach, das wird so einfach als hier bei der Juice Army war. Ja. Ich könnte das ID-Nummer für die Passwörter probieren. Okay, probieren wir die zwei Sachen mal. Okay, probieren wir die zwei Sachen mal. Vielleicht klappt es ja. Ja. Ich bin mal zurück. Jung und zack. Und zack. So. Dann haben wir noch eins. Dann haben wir noch eins. Ja, ist ja gut. Ich spule doch schon zurück. Okay, gucken wir weiter hier. Eintriff her. 2-1-1. Okay, wir kommen zu sehr viel auf jeden Fall. Hm. Eine Kassette. Eine Kassette. Mhm. 2001-2007 war das jetzt, glaube ich. Was wir da bekommen haben. Wir probieren es aus, Leute. Aber erstmal noch ein paar Passwörter fahren. Madsen könnte jemand anderes sein. An meinen Engel... Was? An meinem Engel im Kampf. Halt die Vögel streif. Okay. Okay. Ich kann ihn echt nicht so gut einschätzen, diesen Stiefvater. Echt noch nicht. Okay. Wir haben jetzt einige Passwörter gefarmt. Das ist ein besseres Hobby für David. Äh, das ist ein besseres Hobby für David. Äh, das ist ein besseres Hobby für David. In der Tat. So vielleicht haben wir es ja jetzt schon. So, privat. Haben wir da noch was Neues? Äh, ja. Oh, soll ich wieder zurück springen? Ja, komm. Hä? 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 So, ganz zurückspulen. So. Was? Oh, Leute. Also manchmal ist das zurückspulen echt anstrengend, ne? Hä? Hä? So. Und... Küche. So. Und damit, wie ich sagen, werden wir die Folge. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Herr Mistry. So. 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 Vielen Dank.